Filmst du mich gerade? Ja. Okay, so Leute, willkommen bei mir das Video. In diesem Video zeigen wir euch einen verlassenen Parkhaus. Hinterkamera ist wieder mal Jason. Was geht? Ja, ich glaube, du kannst mal hier ein bisschen zeigen. Ja, wir gehen glaube ich jetzt ein bisschen da lang und nach da lang. Das Video wird wahrscheinlich was langes sein. Ja, ich denke auch. Parkhaus ist klein. Spaß. Ist schon groß. Ja, eigentlich schon. Ja, wir haben hier Stein. Ja, Beton. Alles nur Beton. Leute, ich weiß, diese Video ist eigentlich schon hobbylos. Wir zeigen einfach von irgendeinem verlassenen Firma die Parkhaus. Aber egal, hobbylose Sachen machen wir. Ja, eigentlich schon. So, wir haben hier ganz schon viele Shots, wie man sehen kann. Ja, aber was ist das? Und was ist das? Waschmaschine, die sind drinnen. Ah, da ist die Dachmann von direkt in die Waschmaschine. Was? Ah. Guckt euch das mal. Heißt das mal. Heißt das Spielmaschine? Ja. Äh, Tüch. Ah, kann ich mich kurz filmen. Ah, Leute. Und zwar, ich will euch kurz ein kurzes Werbung machen, aber das ist noch nicht fest. Und zwar, äh, wollen meine Eltern ein eigenes Laden auch machen, wo man Kuchen und so kaufen kann, für Geburtstacke und so alles. Könnt gerne mal abchecken. Ist aber noch nicht sicher. Wenn es sicher ist, schreibe ich die Videos, äh, die Sachen von Laden unter Kommentaren, wo es befinden wird und so alles. Aber das wird ein bisschen noch dauern. Egal, ist nicht unser Thema jetzt. Ja. Wir machen mal hier weiter. Wir machen mal hier weiter. Wenn der Laden aufgeht, dann kommt Jason zu mir und wir machen mal hier von Laden ein bisschen Werbung. Ja, äh, Block. Und, ja, äh, genau auch. Und Werbung. Ja. 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 Wir gehen jetzt weiter. Einmal weiter. Weil da sind noch welche Sachen. Irgendwelche Sachen. Dad. Aber wirklich. Kabel langt nicht. Kabel langt. Leute, was ist das denn? Auf jeden Fall viel Müll. Wir haben hier leere Fize-Fakums wahrscheinlich. Ja, hier. Zwei Stück zum Beispiel. Ja. Und noch irgendwas anderes. Und so was ist hier, äh, 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 offen sogar. Ja. Was ist das denn hier? Was ist das? Ah, für Feuerwehr oder so? Oder Wasser und... Ja. Äh, Leute, wir wollen gerne das Siemens-Gebäude auch zeigen. Aber leider haben wir dort viel geballert mit Holz. Ja, man kann nicht mehr reingehen. Ja, das ist schon irgendwie krass. Ja, äh, lass dann langsam hochgehen. Okay. Ja, können wir machen. Ja, überall liegt auch Blatt. Ja, hier unten überall. Zum Beispiel hier, äh, ist alles voll da mit. Ha, 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 ha. Überall diese Möscher-Gangsters, die alles kaputt machen. Und diese, äh, Lampen von, äh, 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 Decke, äh, liegen hier auch, äh, tausend Stück immer rum. Keine Ahnung warum. Da stehe auch nicht wie so. Ja, ja, die haben diese Möscher-Gangsters, kommen hier halt hier hin und machen die Scheiße. Ja, ist so. Das ist halt schadig. Ja, eigentlich schon. Ein bisschen. Ja, okay. Dann nehmen Sie einen Schnellbogen. Ja, okay. Ja, okay. Was ist das? Ja, äh, ist nur Dreck und solche Stöcke. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Die können so auch mal so filmen, so, wie das so aussieht. Ja, äh. Aber hier wurde sauber gemacht irgendwie, weil hier war noch mehr Müll eigentlich. Mhm. Wenn man so auf Boden guckt, sieht das jetzt nicht verlassen aus. Nicht so irgendwie, ne. Ja, da ist nur, äh, 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 Hauptstraße, glaube ich, ist hier hinten eine hier. Ja. Und ja, sonst eigentlich auch nichts groß. Leute, wir sagen nicht, wo das befindet, äh, wegen auch Schutz von der Firma. Genau. Weil ich möchte nicht, dass hier noch mehr Sachen kaputt gehen oder noch mehr Sachen hier passieren. Ja, recht. Da würde ich nichts sagen, wo das befindet. Aber ich glaube, mittlerweile wissen das schon alle. Ich denke schon, die hier. Ja. Sicher, sicher eigentlich. Ja. Ja, was hat da jemand gebraucht? Was ist das? Was ist das da? Hä? Das ist um Hinsitzung wahrscheinlich. Was ist sowas? Ja. Also ich würde mich da hinten bestimmt nicht hinzusetzen. Nein, na klar nicht. Wie dieses Dreck. Ja. Ja. Leute, abonniert den Kanal, äh, und like das Video, teilt das Video, damit ich bald mein Lambo kommen kann. Sagt mal jeder Video. Ja. Das stimmt aber dann eigentlich, ne? Ja. Eigentlich. Was auf hinter dir ist, ist irgendwas. Eigentlich muss ich ja, eigentlich muss ich als Bion 66 keine Videos mehr hochladen, weil BTG Musik läuft ja schon. Ja, eigentlich. Aber ich lade das, weil mir es Spaß macht. Ja. Irgendwie macht es schon Spaß, vor Kamera zu reden und so. Ja. Dann haben wir hier die Treppen. Ich glaube, dieses Parkhaus ist drei Stück weg. Ja. Oder vier, keine Ahnung. Ja, drei oder vier. Ich glaube, äh, vier aber glaube ich. Ja. Schon groß. Ja, kann man. Für so ein Gebäude. Ah ja, hier. Da sieht man es auch nochmal. Da hinten. Warte. Da. Da haben mal Leute gearbeitet. Jetzt finden die alle vielleicht Spaß. Wir sind unbezogen nach München. Ja. Da gibt's hier voll viel Müll. Wie man sieht. So wie immer halt. Mhm. Da auch. Und da hinten halt noch mehr. Und hier halt auch ein bisschen noch. Leute, wir hatten eigentlich heute ein ganz anderes Video geplant. Aber weil es so kalt ist, können wir nicht machen. Weil Leute, das ist echt kalt. Ja, ist wirklich. Ich glaube, wir haben gerade minus zwei Grad oder so. Ich glaube schon. So ungefähr, ja. Also das ist echt kalt. Guckt euch das mal an, wenn wir reden. Dann kommt hier voll Darmfilmer. Guckt. Das ist voll krass. Digga, ich kann ja sogar jetzt kein Mikro mehr halten, weil es so kalt ist. Denkst du ich? Ja, wir haben es gleich geschafft. Ja, alles gut. Für mich geht's. Dann kann man da ein Supermarkt-Daten sehen, die wir nicht filmen. Weil wir machen kein kostenloses Werbung. Ja, hast recht. Außer wenn wir hier 10.000 Euro sind. Das sieht man eh nicht, weil da ist alles weiß. Wenn die 10.000 Euro geben werden, dann würde ich gerne hier filmen. Na klar, ne. Da liegt auch noch irgendwas rum. Können wir, wir können noch hingehen. Hier, guck. Diese Stöcke meine ich, oder was es ist. Wahrscheinlich ist es Corona-Bier. Ja, glaub schon. Und was ist das? Wein. Wein, glaub ich. Ja. Beste Name. Guck mal, was hier alles steht, Digga. Ein schönes Stück muss ja noch hier haben. Ein kleines bisschen. Ah, fast. Dein Name. Fast. Äh, ja okay, alles klar. Wissen wir wohl schon mal Bescheid, was das ist. Parkhaus ist wohl was für etwas älteres... Verlass in der Regenschirm. Der Arme. Der Arme. Ah ja, jetzt können wir Taschenlampe ausmachen. Leute, es schneit. Ja, es schneit ziemlich hart. Kann man im Video sehen, weiß grad nicht. Hoffentlich kann man sehen, weil irgendwie das krass aus. Kann man auf jeden Fall sehen, aber... Achso, okay, dann ist gut. Ja, Leute, wir sind dann hier ähm... Im dritten Stock, glaub ich. Ja, dritten Stock. Ja. Lass hier bisschen schnell machen, weil es schon kalt. Es ist mehr kalt hier oben, tschüss. Hier, guckt euch das an. Ja, kannst du hier einmal kurz komplett zeigen. Da ist äh... 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 Das äh... Siemens Gebäude. Ja. Okay, mittlerweile wissen, glaube ich, viele von euch, wo wir grad sind, weil man im Hintergrund auch den Turm sehen kann. Ja, stimmt auch wieder. Ja, stimmt auch wieder. Aber egal, ich sag das raus nicht, wo du siehst. Findet selber raus. Ja. So. Ja, ich glaube, wir fuhren mal kurz hier ganz schnell und dann gehen wir noch mit dem Spiel zu Stock und dann... Da hoch können wir auch noch und dann will ich wieder runter, weil meine Hände... Uff, uff, gehen langsam. Leute, checkt auf jeden Fall von Jason den Kanal auch ab. Warm-Vierling oder Warm-Vier-Daring oder so heißt der. Egal, 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 nein. Nein. Den verlinke ich wahrscheinlich unter dem Video. Machst du wahrscheinlich eh nicht? Mach ich. Kannst sogar abchecken. Ah, dann ist die... Tschüss. Was sagst du? Der hat das Auto was echt. Egal. Ja. So, wir befinden uns grad dritte Stock, vierte Stock, du mach. Aber schon dumm gebaut, Digga. Baut doch den dritten Stock auch so ein kleines Dach und danach vierte Stock frei lassen. Ja, eigentlich schon. Wurde schon ein bisschen dumm gebaut, aber... Egal. Ja, meine Hände. Tschüss. Ja, Alter. Egal, geht noch ein bisschen was. Wir haben es ja gleich gesagt. Wie lange ist das Video schon? Zehn Minuten wahrscheinlich? Ja, gleich zehn Minuten. In 13 Sekunden. Zwölf, zwölf. Das ist schmackhaft. Na klar. Weil umso länger die Videos sind, umso mehr kann ich Lamborghini leisten. Ja, da sind noch Lampen, aber ich denke nicht, ob die noch gehen. Leute, mit diesem Lamborghini, ich weiß, das sagt jeder Video, das ist nicht ernst gemeint. Es macht nur Spaß. Ne? Ja. Unterhaltung. Da geht es wieder hoch ein bisschen. Ja, da zeigen wir auch ganz schnell und dann noch wenden wir das Video. Ja, weil es ist langsam wirklich hier... Digga, ich trete jeden Müll hier hinter mir. Egal. Hier liegt einfach irgend so ein Rohr rum oder diese Schlau... Ja. Ich frage mich halt, wieso brauche ich Siemens sowas? Ja, wenn es brennt. Ja, jetzt kommt die Idee nicht schnell, fehlt der Stopp. Weil hier kann man eh nichts sehen. Ja. Da ist eh nichts groß. Ja, mach doch mal schau. Wir haben euch auch gefeiert. Ja, stimmt auch ja. Wir gehen jetzt für den 4. Stopp. Wo überall auch Glas. Tschüss. Digga. Überall Glas mehr. Ja, das ist normal. Offencheck machen. Nicht wahr. Leute, gönnt euch das. Verliebt. Verliebt. Leute, diesmal kein Anzug an. Ganz normale Joggenhose an. Ja, normal. Ja, Leute. Jetzt sieht man den Supermarkt auch ein bisschen. Egal, sollte man eigentlich nicht sehen. Juckt euch eh nicht. Ja, ich glaube an Farben merkt man, was das für ein Supermarkt ist. Ja, jetzt weiß man es auf jeden Fall. Ja, blau, gelb halt. Wiss man auch eh. Aber nein, Aldi hat ja auch die gleiche Farbe. Ja, eigentlich schon. Ja, nix groß ist hier oben eigentlich. Da sieht man das Gebäude und der Fernsehturm. Und sonst ist hier der da. Das kann ich schnell mal hier runter gehen, damit ich das Video beenden kann. Weil hier ist echt kalt. Ja. Oder das von daher. Ja, okay. Können wir auch machen eigentlich. Da runter gehen können wir auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die hier dort auf geht. Doch, die müsste aufgehen eigentlich. Und dort können wir auch ganz ehrlich. Jetzt kommt irgendeiner, der draußen lebt. Ja, die geht doch nicht auf. Ah, hier oben? Ja. Wie, halt doch? Die geht doch nicht auf. Nein, die geht nicht auf. Okay, dann doch nicht. Die stoppen, lass dann ganz schnell dahin gehen. Ja, schnell, zack, zack. So kalt hier? Ein bisschen. Aber langsam sind meine Videos schon kurz schnell geworden mit Kameramann und so. Weil früher immer... Ja, dank mir. Weil früher immer... Weil früher immer selber... Oh, das ist wirklich richtig kalt, Alter. Das ist wirklich krass. Schau mal, die Kräten jetzt runter. Ja. Ui, ey, ey. Apfelschorle und so. Ist hier alles. Das ist hier echt eng, aber muss man sagen. Ja, ist normal. Parkhaus immer eng. Ja. So Leute. Ich komm Blitzhut wieder an, Mann. Nee, eigentlich nicht. Was? Geht ohne eigentlich auch gut. Bäh. Genau. So Leute, ich glaub ich beende das Video jetzt hier. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert den Kanal. Dann sag ich mal Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.